...Flat House 2. Ich glaube irgendwie, dass ich ein Stück von meinen letzten Aufnahmen verloren habe. So drei, zwei, fünf Minuten vielleicht. Vom letzten Rennen könnte das Ende also fehlen. Ich habe keine Ahnung. Ach, jetzt was ich gemacht habe, wird wahrscheinlich Sky's Trevor Derby gewesen sein. Bin ich Vierter geworden, ist nichts Tolles. Ich weiß nicht. Vielleicht auch nicht. Ich... Es ist auch eh kein schlimmer Verlust. Dieselbe Strecke wird wahrscheinlich irgendwann hier nochmal kommen und so. Also fährt man einfach eine weitere Strecke. Ja, schneller bitte, wenn ich bitten darf. Dann schneller bitte jetzt und sofort und go! Go, go, go! Oh, ich starte als erster. Seit wann gibt es denn sowas? Ah! Ha, 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 ha! Genau so wollte ich Not erwischen. Ich starte als erster und bin jetzt schon, äh, auf dem sitzen Platz wieder. Ist das nicht toll? Einfach... Wow! Wow! Shit! Scheiße! Du vollidiot! Oh, das hat mich wieder überholt. So geht's im Leben. Mal frescht man voran, mal frescht man gerade. Oh Gott, da bin ich weit hinten. Okay, dann muss ich mich jetzt, äh, na okay, aber das der Vorteil ist, du bist hinten allein und die anderen, äh, klopfen sich hier und schlagen sich hin und her und drehen sich ständig um, so wie der jetzt gerade... Wow, 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 wow! Shit! Du vollidiot! Gah... Ah, so... Was für ein Vollspaß! Lenkt der nicht zur Seite? Ich glaub's ja wohl nicht. Ähm... Shoo! Wow. Okay. Lethal. Noch durch den Schub. Ah. Schade. Hab ich einen verbroten. Wow. Diese Kisten haben mir das Leben gesetzt. Außer ziemlich. Okay. Nicht alles Lethal. Wah. Bitte das Ding da weg. Wah. So. Okay. Gleich. Ähm. Ah. Flug erstmal. Wuhuu. Sechster. Ich bin auch noch ziemlich weit hin. Gibt's das noch nicht. Schhhh. Hi. Wow. Das war auch mal wieder klar. Okay. Vielleicht hat man das, wenn der Nase ein bisschen zu ist. Aber. Ich überspiele. Nein. Nämlich. Ganz viele andere. Es soll ich schon machen. Als reden. Hahaha. Ja. Okay. Ah. Damn. Huh. Wuh. Wuhu. BAM. Vierter. Du wachst es an mich, das anzuzammeln. Ey, 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 Leute. So läuft das hier aber nicht. Ah, damn it. Nein. Neben der Strecke. Shit. Ha. Flieg, äh. Ja, wow. Ich flieg mit. Ah, shit. Bam. Oh, jetzt überholen die mich alle. Das gibt's doch nicht. Was soll denn der Scheiß? Neben mir geht Nitro. Ah, ohne Nitro krieg ich noch niemanden hier. Oh, okay. Den da krieg ich doch. Okay, meine, mit Höchstgeschwindigkeit, ja. Also ohne Crash krieg ich die auch so ohne Nitro. So, ich hätte gern dieses Schild da erwischt. Wow. Also wenn das mal nicht Nitro gegeben hat, dann weiß ich auch nicht, wach, was Nitro gibt. Oh, hä, das hat irgendwie wenig Nitro gegeben. Oh, ich war für einen Moment erster. Shit. Ich bin zweiter und dritter. Ach, fahr ich, wenn sie noch ganz nach links gibt. Was für ein Schwachsinn. Was wäre denn Unsinn? Kann man nur verzapfen hier. Ach, Bulldozer immerhin. Ist doch was. 20.000 hab ich. Ich glaub, ich kauf mir gleich eine neue Karte. Ja, die sind so teuer, sind die ja nicht mal. Ich kann mir ja eine Karte von der anderen Art da kaufen, bis ich irgendwelche anderen Sender machen kann. Wuhu. Naja, wow. Jetzt schade ich halt sechs noch. Ich weiß noch nicht was. Hä, ist das die selbe Strecke? Nein. Da. Auf Kisten, die mir will kommen. Wow. Ah, schade, der hätte ich gerne erwischt. Oh, das hätte ich auch gerne gehabt. Und er schnappt. Ah, der Erste hat hier voll die Vorteile. Er schnappt das ganze Nitro-Zeug weg. Ah, jetzt bieten sie natürlich davon. Jetzt bieten sie mehr weg. Oh, das wäre so geil, wenn ich ihn jetzt erwischen würde. Oh. Und. Ja, ich war auf jeden Fall kurz vor ihm. Oh, das klingt ja auch so viel. So. Oh, die holen sich das auch noch. Hier ist die Säcke. So, dafür nehmen wir den umständlichen Umweg. Und ich wage den Strom. Wuhu. Der bounce wieder hoch, aber das war eigentlich nicht so gut. Dammit, yes. So, ich warte, bis das Geld bei mir ist, bis ich das Nitro auch benutze. Yeeeeh. Ach, schade, der hätte ich gerne spannender genutzt. Bam, ist ausgecrashed. Geil. Ha. Ha. So muss das. Muhahaha. Wow. Aber eine ziemliche Drehung drin. Egal. Das stört niemand. Ein bisschen die drehe ich mir noch auf für... vor dem Sprung da. So. Und jetzt. Nitho. Gleich dem Ding noch ausreichen und dem Ding auch. Und hoch. Hochziehen, hochziehen. Wuhu. Okay, der war nicht irgendwie so spannend. Ist gar nicht so hoch gesprungen wie letztes Mal. Ist weniger Luft in den Seifen oder was? Hahaha. Ah, ja. Na komm. Da. Gelb dreht sich hin und her. Na, drei von vier Runden. Na komm, da könnte mich noch einer auf einen holen. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her zu mir. Wuhu. So, wieder diese volle Kurve hier. Wui. Baaah. Shit. Wow. Okay. Das war nicht so geil. Okay. Ha. Die haulen sich hier auch rum. Oh. Oh, wow, wow. Hab ich ihn geslambt oder er mich? Ich weiß es nicht mal. Aber da stand... Hä? Hat er nicht gedacht, kommt man ein bisschen? Ist das nicht ein bisschen? Wow. Shit. Das ist zu langsam. Scheiße. Das war eine unbequeme Landung. Oh, jetzt bin ich ganz weit nach hinten. Ja, ich bin ganz weit nach hinten. Ich habe nicht gewonnen. Baaah. Oh, man. Wow. Nichts. Oh, verdammt. Nein. Oh, ich bin gerade schon dritter geworden. Ich kann es mir nicht leisten, nochmal zu spaltig sein. Verdammt. Oh, jetzt leihen wir einen Leifel raus. Oh, das ist... Ich hab... Wieso stand... Wieso packt der denn? Das ist hier... Oh, schau... Da. Verdammt. Ich bin auch so schon sechster. Jetzt will ich nicht mehr auf zu viele... Ersaufer sein mit den Kerlen ankommen lassen. Das war mal etwas intelligenter. So, vierter Platz. Prost. Ich höre, wenn die alle den langen Weg hier nehmen, dann könnte ich noch was draus holen. Aber... Näh, tun sie nicht. Ja, komm, 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 den krieg ich noch. Yes. Zumindest dritter. Wenn ich dann am nächsten sein erster werde oder so, dann könnte das für den ersten Platten zusammenbrechen. Tück. So ganz sacht an die Bande da noch gerutscht. Obwohl ich könnte auch insgesamt jetzt zweiter Platz sein oder so, wenn die anderen nicht gleich... Ähm... Hier endet erst mal ein Part.